... und darauf, dass es noch dunkler wird. Und dann kommt er. Jackson startet seine Show klassisch mit I wanna be starting something. Das Videomaterial, das uns das Management zur Verfügung stellte, ist leider sehr schlecht. Michael hat hier also jede Menge Macken in Bild und Ton. Nach Fernost-Australien und Amerika stürmt der Superstar jetzt die alte Welt. Zum ersten Mal übrigens ohne seine Brüder. Wie alte Disso. Thriller unter 2500 Scheinwerfern und einer Power von 800.000 Watt. Und plötzlich nähert sich dem keuschen Michael doch tatsächlich eine Frau, kommt ihm verdächtig nah. Jennifer Batten ist die glückliche, die Gitarristin. Es gibt eigentlich nur ein Wort dafür. Spaß, sagt sie. Es macht irrsinnigen Spaß mit ihm. Er gibt mir Energie. Es ist wie eine Zwei-Stunden-Party auf der Bühne. Und wie ist Michael als Chef? Er hat eigentlich nie offiziell gesagt, du bist dabei. Plötzlich saß ich im Flugzeug nach Japan, on Tour. Unsere kleine Überraschung, das Double mal mit Jennifer bekannt zu machen, fand das Management weniger witzig. Der echte Michael. 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 Vielen Dank.